... der rechten Kante befindet. Heilung. Erwischt. Weiter durch die Lücke auf der linken Seite. Nutze das Blattwerk, um unerkannt zu bleiben. Drei Leute auf... Drei Leute laufen so rum und einer auf dem MG. Was ist denn eben die Frage? Kriegt man die oder kriegt man die nicht? Kann der nicht da reingehen? Da wird es keiner sehen. Mein Auftrag ist erledigt hier. Na dann. Hm. Okay. Auftrag erledigt, dann geht's weiter. Wird sicher interessant, mal hierher zu kommen, ohne Quad. Ach, so. Du hast hier ein richtiges Talent, Dias. Beschütze ihn. Hm, ja. Stell dir vor. Ich könnte den Kerl in der Mitte als Köder nehmen. Als Köder. Oh, oh. Mist. Ah. Als Köder für was? Dafür, dass hier noch fünf andere Kerle angerannt kommen. Ach, was ist wieder ganz von hier vorne? Ist das blöd. Ach komm, lass mich mal was sehen. So. Okay. Dann wohl noch mal das Ganze her. Tarnung wird schwierig. Eine schwere MG-Ziel direkt auf den Haupteingang. Uniform. Kannst du uns feindliche Positionen geben. Over. Update eurer Karte jetzt. Mit noch mehr Glück erwischst du die Wache auf dem Dach auf ein Uhr und wirst dabei nicht entdeckt. Später. Mann. Okay. Ich muss dir wohl ausreden lassen. Bevor das funktioniert. Okay. Wo bin ich? Bin ja auf der falschen Seite hier. Wo kommt das denn jetzt auf einmal? Und noch einmal. Hallo. Oh, damit ich sehen kann, wie hoch das Gestrüpp um mich ist. Hat mir wahrscheinlich gerade die beste Stelle ausgesucht. Auf geht's. Gut, dann die nette Lady aussprechen lassen. Dann sollte das auch inhalten. Tarnung wird schwierig. Eine schwere MG zählt direkt auf den Haupteingang. Uniform, kannst du uns feindliche Positionen geben? Over. Update eurer Karte jetzt. Mit noch mehr Glück erwischst du die Wache auf dem Dach auf 1 Uhr und wirst dabei nicht entdeckt. Das geht am besten, wenn er sich in der Nähe der rechten Karte befindet. So, jetzt habe ich die Freigabe. Er ist tot. Weiter durch die Lücke auf der linken Seite. Nutze das Blattwerk, um unerkannt zu bleiben. Okay, unbemerkt bleiben. Sollte ja nicht schwer sein. Obwohl ich die gern alle einfach mal umnieten würde, aber... Das würde ja nicht klappen. Nee, die gucken irgendwie so halb in die Richtung. Von daher kann ich den MG-Kerl und den anderen nicht ausschalten. Ein Doppeltreffer wäre nur unterhalb vom MG möglich. Oder hinterm MG und dann sieht er mich wahrscheinlich. Von daher ein bisschen blöd. Na dann. Heli im Anflug auf 6 Uhr 3.1. Nicht auffallen. Du hast hier ein richtiges Talent, Dias. Beschütze ihn. Ja, stell dir vor. Ich könnte den Kerl in der Mitte als Köder nehmen. Lenke die Feinde ab. Okay. Mach es mir auf mich einfach. Die Granate in seinem Gürtel ist eine ideale Falle. Okay. Das hat funktioniert. Hm. Ich bin trotzdem entdeckt. Haben wir ihn doch. Unbemerkt. Okay. Hey, kann ich ins... Autofahren geht ja hier schlecht, oder? Vielleicht kann ich vom Observatorium aus noch die Jungs da unten erwischen. Wie wäre es damit? Okay. Ich glaube, auf den achtet niemand. Wohl, der hat sich jetzt umgedreht. Wäre wohl hier der ein besseres Ziel. Da, ich hab ihn. Klar, dachte ich zumindest. Wo ist der denn? Okay. Ähm. Ähm. Feind abgelenkt. Und mit hier oben rechnen sie ja wohl nicht. Also von daher... Hm. Das muss ich noch nachladen. Okay. Wo will der jetzt hin? Ah, was soll's. Der läuft jetzt. Zum Observatorium. Da ist er. Ah, hi. So einfach geht's. Gut, dann speichern wir nochmal. Hm. Noch kein Käufer in Sicht. Meinst du, unser Bananen-Republikaner hat kalte Füße bekommen? Das bezweifle ich. Vielleicht ziert er sich nur. Der Knabe ist echt heiß drauf, in Abu Sayyafs Dienstringen aufzusteigen. Er wird auftauchen. Wir müssen nur abwarten. Ach, hier hätte ich auch reingekonnt. Okay. Alle Razor-Einheiten. Wir sehen ein Fahrzeug von Westen auf die Hotelanlage zukommen. Zivile Limousine. Ankunftszeit in ca. 20 Minuten. Es geht los. Macht euch bereit. Anderson, wir sind auf einem Felsen etwa 100 Meter vom Boot entfernt. Kannst du uns sehen? Roger, ich seh dich. An alle Einheiten. Zwei Kerle auf dem Steg. Zwei an den Scheinwerfern auf der Yacht. Ah, da sind sie. Mach einen Gegner auf dem Steg, gerade wenn er aus dem Licht ist. Das Blumenbeet harnt die Körper und der Sturm übertönt den Schuss. Verstanden. Auf dem Steg. Okay. Bereit. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. Aber außerhalb vom Licht. Jetzt schon. Verdammt. Verdammt, die Scheinwerfer sind an. Wir wurden entdeckt. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Voll ins Ziel. Aber verstanden. Oh. Scheinwerfer noch zerstören. Säuberer Schuss. Das ist ja nicht das Problem. Das ist ja nicht das Problem. Okay. Ach. Sauber. Knapp, aber was ist das? Alles klar. Wir nähern uns dem Boot. Patrouille beobachtet den Strand. Der obere muss zuerst weg. Oh. Ach, hier. Und dann. Jetzt den zweiten anvisieren. Auch ein schöner Treffer. Guter Schuss. Die haben ein Licht am Steg. Feuer auf den Glatzkopf. Ich nehme mir seinen Freund vor. Alles klar. Bereich ist drei. Feindliches Fahrzeug nähert sich aus Südwesten. Cole, schieß die Licht am Steg aus, damit sie die Leichen nicht sehen. Bin dabei. Wenn ich meinen Kreis sehe. Guter Schuss. Jetzt den zweiten anpacken. Gute Arbeit. Ja, wie wäre es noch mit der hier? Okay, die verteilen sich. Nur noch etwas länger. Sauber. Warte ab. Einer ist hinter diesen Felsen. Du kannst ihn unauffällig ausschalten. Abschalt. Soldat am Wagen ist das nächste Ziel. Na dann. Schön. Schön, schön. Alle weg. Ein Okay von uns. Verstanden. Trupp rückt an. Uniform. Was ist der Status für die Villa? Die Anlage wimmelt nur so von Feinden. Ein direkter Angriff wird nicht empfohlen. Wir haben neben dem Laubengang etwas identifiziert, das wie ein Hauptschaltkasten aussieht. Kannst du den ausstellen, Anderson? Das Nachtsichtgerät wird 3-1 von Vorteil sein. Klingt gut. Eure Sache Unterstützung. Hm. Du richtest Anfe und Lichter aus. Warte auf dein Kommando, Racer 3-2. Vielleicht solltest du auf Nachtsicht schalten. Ich denke mal, der auf dem Dach zuerst, oder? Umgebung sichern. Vielleicht hätte ich warten sollen. Oder auch nicht. Du kannst vorrücken. Hm. Gute Arbeit. Weiter jetzt. Uniform Racer 3-3. Wir nähern uns dem Zielort. Komm. Roger. Wir können wie geplant fortfahren. Na dann. Ah, da kommt also das Fahrzeug. Fricht auf das russische Hauptziel. HVT kommt. Hm. Darf ich den jetzt nicht abschießen, oder was? Moment mal. Ist das... Das ist Merinoff. Was zum... Was macht Merinoff hier? Unser Freund hat sich wohl hochgearbeitet. Du wusstest davon? Dachte mir's. Vor einer Weile hörte ich das Gerücht, dass Merinoff als Rustier im illegalen Waffenhandel aufgetaucht sei. Als ich hörte, dass so ein unbekannter Russe eine gestohlene B-Waffe verkauft, musste ich sofort an ihn denken. Ich töte ihn, Dias. So Gott mir helfe. Nein. Du meinst, wir werden ihn töten, Käpt'n. Warum hab ich dich unpersönlich für diese Mission angefordert? Irgendwas stimmt nicht. Sie wissen, dass wir hier sind. Alle Teams, los! Au. Was soll ich jetzt noch... Er ist erledigt. Komm, ist rechte Seite. Bin soweit. Feindlicher Scharfschütze! Und wo schießt er? Keller, ich kann ihn nicht sehen. In Deckung! Los, los, los! Okay. So. Da haben wir noch einen MG-Schützen. Da ist noch einer. Ups. Zwei auf einmal. Das ist schön für die Statistik. So. Ups, das war was Größeres. Einer von unseren Jungs. Sieht so aus. Upsala. Scheiße. Hm. Lispetsch, wir haben ein Problem. Dias und Nichols werden aus dem Lager gebracht. Wenn ich jetzt nicht schieße, könnten sie draufgehen. Negativ, Anderson. Dann werden wir wieder die verdammte biologische Waffe verlieren. Ich lasse nicht zu, dass unter meinem Befehl so ein Fehler passiert. Sie müssen Mary noch um jeden Preis abfangen. Unsere Männer werden wohl in die gleiche Richtung gebracht. Damit sie nicht sterben, sollten sie sich jetzt bewegen. Verstanden? Verstanden, Sir. Wäre denn nur ein Schuss? Der Flug dauert nicht mal eine Sekunde von der Kugel. Ah, 90% dieses Mal. 90%. Ach, höhere Schwierigkeitsgrad. Alles klar. Einmal Stealth, fünfmal bin ich gestorben. Kopfschlüsse 44, Feinde getötet 76. Philippinen, Zeit, 6 Uhr, morgens, vor sechs Tagen. Uniform, wie sieht es mit dem Paket aus? Bin gerade am Ufer, nur einen Kilometer westlich vom Hotel. Hast du was für mich? Positiv, Racer. Einheit der Boot Richtung Süden. Hummingbird 6 beobachtet alles. Wir haben schon eine Abfangrote ausgearbeitet und werden euch dann reinlotsen. Es sieht aus, als ob Merenov und Kalalo sich zu einem Landeplatz zwei Kilometer südlich aufmachen. Verfolgen und neutralisieren, Racer. Lassen Sie sie nicht mit der Biowaffe abhauen. Verstanden, unterwegs. Verfolgen, unterwegs.